Die Raumfahrt-News im Überblick. SpaceX übermittelt Untersuchungsbericht über den 420-Startversuch an die FAA. Die vier Agenturen Crew 7 kurz vor Start. Indien und Russland vor Mondlandung. SpaceX erlaubt erste Blicke auf Mondlande Starship HLS und wir schauen uns an, wie es um einen erneuten Start der vollintegrierten Starship-Rakete steht. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dem Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Ja, deutscher Sprachraum, aber heute ein letztes Mal aus Andalusien. Fangen wir wie immer mit den Starts der vergangenen Woche an. Am Montag, den 14. August, ist von Xichang aus eine Kuaizhu 1A-Feststoff-Rakete des chinesischen Startups X-Space gestartet. An Bord fünf Head-Satelliten für die kommerzielle Skywalker-Konstellation im niedrigen Erdorbit. Die Satelliten, die sammeln zum Beispiel Daten, die von Schiffen über AIS gesendet werden, wie Kurs und Zielhafen. Am Donnerstag, den 17. August, hat SpaceX von Cape Canaveral eine Falcon 9 mit Starlink-Internet-Satelliten gestartet. Auch die Landung des Boosters ist geglückt. Es war die 217. für SpaceX und die 143. erfolgreiche am Stück. Landung ist ein gutes Stichwort. Indien ist kurz davor, es erneut kontrolliert auf dem Mond zu versuchen. Der Vorgängermission Chandrayaan-2 war das ja mit dem Kontrolliert am 6. September 2019 nicht vergönnt. Chandrayaan-3 soll das nun korrigieren. Letzter Stand beim Redaktionsschluss, da hat sich gerade Orbitalmodul und Lander getrennt. Sollte weiter alles nach Plan gehen, wird die indische AISRO am 23. August eine Landung anstreben. Wir drücken natürlich die Daumen. Auch die russische Luna 25 hat eine Mondumlaufbahn erreicht und steht nun ebenfalls kurz vor einer Landung. Aktuell plant man diese für Montag, den 21. August. In der Community traut man der indischen Mission mehr Erfolg zu als der russischen, aber auch der Luna 25 drücken wir natürlich die Daumen. Auf der nächsten NASA Crew-7-Mission ist auch wieder ein russischer Kosmonaut dabei, weil man ja sicherstellen will, dass in allen Langzeitbesatzungen immer mindestens ein amerikanischer und ein russischer Staatsbürger mit von der Partie sind, weil man so die Station immer steuern kann. Crew-7 soll voraussichtlich am Freitag, den 25. August starten und ist ein Musterbeispiel für internationale Kooperationen. Die Crew um die NASA-Kommandantin Jasmine Mock-Bailey besteht aus dem ESA-Astronauten Andreas Morgensen, der auf diesem Flug als erster Nicht-Amerikaner den Pilotensitz der SpaceX Crew Dragon nutzen wird. Die beiden Sitze der Missionsspezialisten werden der Japaner Satoshi Furukawa und Konstantin Borisov einnehmen. Damit sind mit NASA, ESA, JAXA und Roskosmos bis auf Kanada alle ISS-Partner auf dieser Mission. Morgensen und Furukawa fliegen übrigens beide zum zweiten Mal ins All. Für Mock-Bailey und Borisov ist es jeweils der erste Raumflug. Für alle vier ist es aber der erste Ritt des Crew-Dagons. Fun Fact, mit Jasmine Mock-Bailey fliegt übrigens die erste in Deutschland geborene Frau ins All. Hintergrund, ihre Eltern sind vor der Islamischen Revolution erst nach Deutschland geflohen, wo Jasmine in Bad Nauheim geboren wurde, bevor die ganze Familie letztendlich in die USA ausgewandert ist. Es wird der elfte Flug mit Crew für SpaceX und die haben dann 42 Menschen in den Orbit gebracht. Das ist schon allerhand. Hier in den News soll es ja um Raumfahrt gehen. Der Vollständigkeit halber sei hier aber erwähnt, dass diese Woche ein Interview inklusive Fotoshooting mit der russischen Kosmonautin Anna Kikina im russischen Bolivarblatt PeopleTalk veröffentlicht wurde. Ob das unbedingt auf der von Russland annektierten Krim stattfinden musste, sei hier mal dahingestellt. Wie Ars Technica die Woche berichtet, verbrennt das amerikanische Raketenstartup Astra zu viel Geld. Vielen bekannt durch den Waagerechtstart 2021, für mich der abgefahrenste Raketenstart, den ich je live gestreamt habe. Das war ja eine Rocket 3. Obwohl sie erfolgreich einen Orbit erreicht hat, wurde nach einer Reihe von Fehlschlagen deren Entwicklung eingestellt. Das Unternehmen konzentriert sich seit Mitte 2022 auf die deutlich größere Rocket 4.0, für die es unter anderem Staatsan das US-Verteidigungsministerium verkauft hat. Wie jedoch Ars weiter berichtet, verlangsamt sich die Entwicklung der neuen Trägerrakete offenbar wegen finanzieller Engpässe. Der Abbau von Arbeitsplätzen und die Umstellung auf elektrische Antriebssysteme für Satelliten deuten auf finanzielle Herausforderungen hin. Von wegen finanzieller Herausforderungen, bevor wir zu den Starship-News kommen, Senkrechtstarter existiert dank der Schutzengel, die den Kanal regelmäßig monetär unterstützen. Da auch hier wieder ein riesen Dankeschön an euch. Ja, wenn auch du mithelfen möchtest, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern, findest du unten in der Videobeschreibung einen Link zur YouTube-Kanal-Mitgliedschaft oder den Senkrechtstarter Patreon. Für alle Schutzengel gibt es ja als kleines Dankeschön alle meine Videos vorab und ohne Werbung. Werbung ist ein gutes Stichwort. Der Kanal wäre finanziell ganz anders aufgestellt, wenn ich so wie die englischen Kanäle regelmäßig Werbepartnerschaften eingehen könnte. Wenn ihr mir helfen wollt, die passenden Partner zu finden, die Produkte bewerben, die ihr auch cool findet, würdet ihr mich sehr unterstützen und es würde mich sehr freuen, wenn ihr an einer Umfrage teilnehmt. Das ist nicht irgendeine Marktforschungsagentur, die das macht, sondern die Umfrage habe ich gebaut, damit ich gezielt Partner für Senkrechtstarter gewinnen kann. Die Umfrage ist anonymisiert und wenn alles nach Plan läuft, könnten wir so den Kanal langfristig erfolgreicher machen und weiter in seine Qualität investieren. Ich danke euch für euer Verständnis und eure Unterstützung. Bevor wir zur großen Starship-Neuigkeit und dem Hot-Staging kommen, zuerst zu einem wichtigen Starship-Kunden der NASA und dem Mondlander HLS. Die Nachricht, dass die NASA über Alternativen zu einer Mondlandung für Artemis 3 nachdenkt, hat die Community ganz schön aufgewirbelt. Allzu viel ist bisher über das HLS, das Human Landing System, das SpaceX ja für die NASA entwickelt, nicht bekannt. Korrektur, SpaceX entwickelt die Hardware nicht für die NASA, sondern SpaceX entwickelt mit dem HLS einen Service für die NASA. Das mag nach Spitzfindigkeit klingen, ist aber tatsächlich ein gewaltiger Unterschied und erlaubt SpaceX viel mehr Freiheit bei der Gestaltung der Hardware. Ich hatte berichtet, dass nun erste Bilder aufgetaucht sind, die Hardware für das HLS zeigen oder besser ein Mock-up. Ja, ein Mock-up, das kann vieles sein. Es kann dazu dienen, Bewegungsabläufe von Astronauten und Prozeduren zu testen. Es kann dazu dienen, andere Hardware- oder Fertigungsverfahren zu überprüfen oder braucht einfach nur gut auszusehen für eine Pressekonferenz. Auffällig scheint die Tank-Dome-ähnliche Innenstruktur, ja, dann Starship, Raumschiff oder was auch immer im Vakuum des Weltraums unterwegs ist und einen Innendruck hat, ja, da muss man die Struktur natürlich für den im Vergleich zum Vakuum höheren Innendruck auslegen. Abgerundete Ecken sind da mehr als sinnvoll, besonders wenn wir über einen Innendurchmesser von etwa 9 Metern sprechen. Kommen wir endlich zum Starship. Ich hatte gerade erst berichtet, dass vor einem neuen Starship-Start erst einmal die Untersuchungen zum letzten Start abgeschlossen sein müssen. Gerade für die Abgabe dieses Berichts hatte SpaceX eine Verlängerung bei der amerikanischen Flugaufsichtsbehörde FAA beantragt. Mittlerweile hat SpaceX den Bericht wohl fertig. Nach der Webseite Payload hat die FAA am Dienstag, den 15. August mitgeteilt, der Bericht für den Start am 20. April der Liga der FAA nun vor. Nun prüft die FAA den Bericht. Hier geht es erst einmal darum, ob die von SpaceX ermittelten Ursachen für den abnormalen Flugverlauf plausibel sind und ob die FAA davon überzeugt ist, dass SpaceX seine Untersuchung gewissenhaft durchgeführt hat und die daraus gewonnenen Erkenntnisse stimmig sind. Das ist unter anderem für uns deshalb so interessant, weil die Flugaufsichtsbehörde die letzte Startlizenz vermutlich so nicht erneut ausstellen kann, da sich durch den Test ja die Datenlage massiv geändert hat. Das ist erst einmal nichts Schlechtes, denn man hat eben eine Menge neuer Daten gewonnen. Trotzdem wird SpaceX begründen müssen, warum etwas anders als erwartet war und was man zukünftig tut, damit keine unerwarteten Fehler auftreten oder kein unerwartetes Verhalten auftritt. Das wünschen wir uns für die Anwohner und Zuschauer des Starts, aber natürlich auch für die Flora und Fauna, aber letztendlich auch für SpaceX und das Starship-Programm. Wenn die Politik oder die Öffentlichkeit den Eindruck bekommt, es ist unverantwortlich, was SpaceX da unten in Südtexas macht, dann ist ein weiterer schneller Fortschritt des Programms eher gefährdet. Zurück zur Flugaufsichtsbehörde FEE, die prüft nun den Bericht und nach eventuellen Revisionen genehmigt ihn dann. Unabhängig davon wird SpaceX für eine neue Starterlaubnis einen Antrag vorlegen, der sich auf den Untersuchungsbericht bezieht und daraus abgeleitete Korrekturmaßnahmen beschreibt. Erst wenn dieser Antrag und die Korrekturmaßnahmen geprüft und genehmigt werden, dann kann die FEE eine neue Starterlaubnis erteilen. Nicht direkt mit der neuen Starterlaubnis im Zusammenhang, aber im Ergebnis unter Umständen dann doch die Klage mehrerer Naturschutzverbände gegen die FEE. In dieser Klage, die kurz nach dem Startversuch am 20. April eingereicht wurde, geht es im Kern darum, dass die Kläger der Meinung sind, die FEE hätte den letzten Start des Starships nicht genehmigen dürfen. Die Flugaufsichtsbehörde FEE hat sich, soweit ich weiß, nicht zu dem Verfahren geäußert. Mein letzter Stand war, dass SpaceX als Verteidiger der FEE in dem Verfahren zugelassen wurde und für die Einstellung des Verfahrens plädiert hat. Ja und was ist denn nun mit einem Start? Ja, wenn ihr auf dem neuesten Stand bleiben wollt, wie es um den nächsten Startversuch steht, dann kann ich euch sehr die Webseite vom Everyday Astronauten ans Herz legen. Anstatt hypothetische Startdaten anzukünden, findet ihr hier eine Liste an Events, die vor einem Start noch passieren müssen. Diese Woche ist dort eine Zahl aufgepoppt, der 31. August. Auf ihn bezieht sich ein Antrag auf eine Sperrzone und zwar begründet mit der Starship-Flugaktivität. Diese Sperrzonen lassen sich relativ einfach beantragen und werden auch regelmäßig wieder gelöscht, wenn sie nicht genutzt werden. Für die ganz Nervösen unter uns sind diese Daten beruhigend, denn wenn diese Daten auftauchen, weiß man, ja, vorher wird der Start nicht passieren. Im Englischen Not Earlier Than, kurz NET. Flugerlaubnis, Sperrzonen und so weiter, das ist so die regulatorische Seite. Es geht aber natürlich auch um Hardware. Da es mir sehr plausibel erscheint, habe ich es schon mehrfach erwähnt. Elon Musk hat in einem Interview angedeutet, dass die Requalifizierung des Flugabbruchsystems voraussichtlich am meisten Zeit in Anspruch nehmen dürfte. Laut NSF wurden auf dem alten Schießstand Macy's auch FTS-Tests durchgeführt, deren Resultat wir aber bisher nicht kennen. Das Flugabbruchsystem FTS im englischen Flight Termination System besteht im Prinzip aus einer oder aus einem System mehrerer kleiner Bomben, die eine außer Kontrolle geratene Rakete zerstören können. Während des letzten vollintegrierten Startversuchs hat es etwa 40 Sekunden gedauert, bis die Rakete letztlich vollständig auseinandergerissen und explodiert ist. Das ist natürlich ein Haufen Zeit. Apropos feurige Starship-Videos. Diese Woche wurde von SpaceX ein Video eines feuernden Raptors veröffentlicht. Laut dem Post zeigt es ein Raptor-Triebwerk bei einem Ausdauertest mit einer maximalen ausgeschlagenen Schubvektorsteuerung von 15 Grad. Mein erster Gedanke war ja, vielleicht wollen die einfach mit dem Video die vielen Bedenken bezüglich der Raptor-Zuverlässigkeit in der Community niederbrennen. Elon Musk schrieb dann unter dem SpaceX-Feed, dass es um die Landezündung in maximaler Auslenkung ging. Kurz zur Einordnung, wenn die Starship-Oberstufe zur Erde zurückkehrt, soll sie möglichst lange horizontal fallen, um so den Luftwiderstand mit der größtmöglichen Fläche zu erzeugen. Nach diesem Bauch voranfallen, dem sogenannten Bellyflop, muss das Starship dann kurz vor dem Aufsetzen um 90 Grad gedreht werden. Bei diesem Flip-Manöver wird dann relativ viel von der Schubvektorsteuerung abverlangt. Apropos Starship-Oberschufe. Ship 25, das am weitesten getestete Starship von SpaceX, das aktuell für den nächsten Flugtest angekündigt wurde, befindet sich im Rocket Garden neben den Produktionsanlagen, vermutlich aus Platzgründen. Ship 28, das Ship nach 25 am weitesten fortgeschrittene, bekommt aktuell Raptor-Triebwerke und könnte in den kommenden Wochen eine feurige Testkampagne erwarten. Ja, der statisch getestete Booster 9, der ist ja in der Mega Bay. Es verdichten sich die Hinweise, was die Ursache für den vorzeitigen Testabbruch waren. Bei dem statischen Feuertest sollten ja eigentlich die 33 Erststufentriebwerke an Booster 9 5 Sekunden lang laufen. Vier Triebwerke schalten aber vorzeitig ab und vermutlich das Abschalten des vierten Triebwerks löste dann den Abbruch des gesamten Tests aus. Nachdem Booster 9 vom statisch heruntergehoben wurde, konnte eine Reihe an Tests am Statisch beobachtet werden. Besonders wiederholte Tests des in den statisch integrierten Hilfssystems der äußeren 20 Raptor-Triebwerke könnten interessant sein. Vielleicht lag der Ausfall eines oder mehrerer Raptoren bei dem statischen Feuertest ja an diesem Hilfssystem. Reine Spekulation, aber das werden wir uns natürlich genauer ansehen. Wenn wir bei Booster 9 sind, kommen wir ganz automatisch zur großen Starship-Neuigkeit von dieser Woche. Der Booster 9 hat nämlich ein Krönchen bekommen. Einer der größten Änderungen am Starship-Design seit dem Flugversuch am 20. April war ja die Ankündigung einer Stufentrennung jetzt im Hotstaging. Hotstaging, das bezeichnet die Zündung einer Folgestufe, während die vorherige Stufe noch feuert. Das hat Performance-Vorteile, ist aber durch das heiße Abgas naheliegend nicht unproblematisch. Stufentrennung und Folgestufen-Zündung ist so schon nach dem Abheben der Rakete mit das kritischste während eines Raketenstarts. Für das Zünden der Oberstufen-Raptor-Triebwerke noch an einem teilweise feuernden Booster braucht es natürlich Auslassöffnungen für das Abgas. Ja, sonst sieht das schnell aus wie bei diesem Titan-Start. Eine Struktur, mit der das nicht passieren soll, haben wir ja in den vergangenen Wochen Hardware sehen können. Und zwar in Form dieses verstärkten Edelstahlrings. An dieser Stelle geht ein riesen Dankeschön an NASA Spaceflight, dass ich ihr Material hier zeigen darf. Diese neue Ringstruktur verhält sich durch die vielen Löcher strukturell natürlich ganz anders als bisher getestete Elemente. Und wir dürfen nicht vergessen, bevor die Struktur erstmal heißes Abgas sieht, muss sie ein vollbeladenes Starship, eine vollbeladene Starship-Oberstufe mit Booster-Beschleunigung tragen. Nachdem das Ring-Segment im Dosenquetscher belastet wurde, hat SpaceX das Segment jetzt diese Woche am Freitag nun auf Booster 9 installiert. Elon Musk kommentierte den SpaceX-Tweet mit, dass das Hot-Staging zwar die beste Leistung ermöglicht, der Booster aber dabei nicht explodieren dürfte. Und weiter, dass es hoffentlich funktionieren werde. Ja, ein explodierender Booster würde dem Konzept der vollständigen Wiederverwendung definitiv entgegenstehen. Wie auch immer das Ganze ausgeht, das wird definitiv ein sehr, sehr spektakulärer Flug wieder werden. Es wird langsam heiß, mal schauen, wie lange ich mich traue, das noch zu sagen. Definitiv näher dran als der Start des nächsten Starships in die Starts der kommenden Woche. Den Anfang könnte am Dienstag, den 22. August, ein SpaceX-Staling-Start von der Westküste aus machen. Gefolgt dann am Mittwoch, den 23. August, von einem Starling-Start von der Ostküste. Auch für Mittwoch, den 23. August, plant Roskosmos den Start einer Suivius-Rakete mit einem Progressfrachter MS-24 für die ISS. Am Donnerstag, den 24. August, steht der verschobene Elektron-Start von Rocket Lab mit dem Titel We Love the Nightlife an. Ja, und dann am Freitagmorgen, 25. August, um 9.49 Uhr MES-Z, der NASA Crew-7-Start mit SpaceX Crew Dragon auf einer Falcon 9. Ja, hat jemand Lust auf den Stream? Schreibt mir gerne in den Kommentaren. Den Wochenabschluss macht Japan mit einem H2A-Start von Tanegashima aus. An Bord das Weltraumteleskop X-Rim für den Radarbereich. Ja, und als sekundären Nutzlast der Mondlander Slim. Heute vorerst das letzte Mal hier aus der Sonne Südspaniens. Jetzt ist die Sonne natürlich weg. Ich hoffe, dir hat es wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Und genau mit dem Abo hier hast du einen Platz in der ersten Reihe für alles, was uns noch in der Raumfahrt erwartet. Hashtag Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mau. Ja, bis zum nächsten Mal. posted. Untertitelung des ZDF, 2020